So, hi Freunde, zum neuen Part von Minecraft. Und es ist Nacht, natürlich. Natürlich ist es Nacht. Ich lege erst mal meine Knochen in die Truhe. Und was nehmen wir denn mit? Das wäre ganz gut, falls uns das Portal ausgeht. Ähm, noch irgendwas? Vielleicht... Ne, rohes Essen nicht. Na, na. Ne, ich glaube 25, das langt. Gut, wir gehen jetzt einfach mal in die Hölle. Mit oder ohne Diamantschwert? Ich glaube, wir haben... Ja, wir haben drei Eisenschwerte. Ich glaube, das langt. So. Und wieder rein. Ganz vergessen. Schlafen gehen. So. Gut. Also, wir haben ja unsere Rüstung jetzt gemacht. Und dann können wir jetzt eigentlich... Geradewegs zum Höllenteuer spazieren. Ich glaube, dass hier nicht zu viele Creeper rumlaufen. Da hinten sind schon zwei. Das gefällt mir gar nicht. Die... Boah. Die, äh, Viecher müssen wir auch mal noch ein bisschen mehr züchten. Und vielleicht auch die Gehege größer machen. Dass wir mehr Gewinn haben an diesen... Tieren. Und... Ja. Hier geht's noch rein. Ja. Gut. So, wieder diese 100.000 Stufen nach unten. Natürlich. So. Aber ich hoffe, ihr erwartet es nicht allzu viel von der Hölle. Also, ich werde da jetzt auf jeden Fall einfach mal reingehen. Und werde vielleicht ein bisschen ein Messerwerk abbauen. Und close down. Äh, Lava. Jetzt... Habe ich keine Eimer dabei. Hätte ich eigentlich machen können. Aber... Naja. Also. Auf in die Hölle. Unteren Gemüter. Okay. Gemüter. Vor allem. Ähm. Okay. Das ist schon mal ein ziemlich cooler Spawnpunkt. Hier gleich close down. So eine kleine Höhle. Geht's da irgendwie noch hoch oder so? Nee. Oder? Oder doch? Ich glaube aber nicht. So, nehmen wir mal ein bisschen hier von mit. Können wir uns auch einen Kamin bauen dann. Ja. Ist klar, ne? Die erste Spieltage gleich. Kaputt. Ging jetzt gar nicht so schnell. Ähm. So, da hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Riesen-Lava-Fall. Ja, komm du auch. So. Zack, zack. Was können wir denn mit diesem Santa machen? Was hat er für eine besondere Fähigkeit? Ich überlege gerade. Ich glaube, da läuft man doch so langsam. Ich bin mir jetzt aber gar nicht so genau sicher. So. Natürlich. Diese Geister. Die mag ich ja ganz besonders. Besonders diese Kugel, die die immer abfeuern. So, jetzt hier ganz langsam. Gut. Da können wir auf jeden Fall schon mal... Nicht runter. Mist. Äh. Das sieht aber gut aus. Ja. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal... Oh, da dürfen wir auch nicht runter, glaube ich. Nicht so schnell. Nicht so schnell auf jeden Fall. So, ich glaube, ich setze einfach mal ein paar Fackeln hin, damit wir uns nicht verirren. Gut. Gut. Also, wir haben es doch geschafft. Wir leben anscheinend. Und, ähm... Ja, wenn wir die da hinten angreifen, leben wir nicht mehr lange. Aber ich glaube, das werde ich trotzdem... Mal machen. Denn wir brauchen, glaube ich, das... Ja, wir brauchen das gleich. Ja, 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 ja. Ruhig. Ruhig, Brauner. Alles. Easy. Ähm. Ruhig. 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 Aufbauen. Vielleicht probiert es gerade noch mal. Äh, das sind... Jetzt sind es vier. 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 Ah, okay. Da habe ich anscheinend eins aufgesammelt. Ah, okay. Kann das nicht sein, dass es auch... Das sind manchmal auch, äh, fünf Trocken? Hab ich auch schon mal gesehen. Naja. Ihr werdet das bestimmt besser wissen. Wenn das... Das sind doch... Diese roten Pilze. Und das da hinten sind dann anscheinend diese... Diese sonst immer weißen. Also bei uns... Bei dem Texteffekt ist es anscheinend so. Dass die so aussehen. Ich hätte auf jeden Fall mal was finden. So. So. Ja, toll. Da. Vorbei. So. Also ich weiß nicht, ob ich hier ein Haus bauen soll. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich benutze die Hölle jetzt einfach nur so, um, ähm... Closedawn und Co. abzubauen. Weil, falls jetzt Fragen aufkommen, ob ich hier ein Haus baue. Deswegen. Ach komm, ich zerstöre euch. Ihr seid es nicht würdig zu leben. Und stirb. Aha. Was war denn das gerade? Da, das da. Goldnuggets. Ah, okay. Geben die überhaupt kein... Kein... Äh... Ähm... Babam... Babam... Gebratenes Fleisch? Mit dem neuen Update? Das weiß ich jetzt gar nicht. Oh. Oh. Auf jeden Fall nehmen sie auf jeden Fall keinen... Äh... Feuerschaden. Wo? Also das hört sich ziemlich... Komisch an. Aha. Ja, 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 ja. Komm her. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Boah, ey, das... So, ich greife dir jetzt glaube ich nicht mal an, wenn sie sich mal beruhigt haben. Was ist hier? Nichts. Gut. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir wieder zurückfinden. Wir müssen einfach davor und dann wieder rum. Ähm... Ah, super. Ja, 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 danke schön. Freut mich, dass du mich verletzt hast und du natürlich auch. Sau. Weg. Äh, weg. Gut. Also so ein, ähm... Höllen-Dungeon oder wie man die nennt zu finden, wäre es auch ganz cool. Aber ich glaube, da müssen wir erstmal... Da müssen wir uns dann vielleicht doch noch ein Haus bauen, so einen kleinen Unterschlupf. Wo wir Fleisch spunkern und was weiß ich. Au. Super. Nein. Mein Schwert, mein Schwert. Mein Schwert. Ja, komm her. Jetzt, jetzt habe ich dich verletzt. Jetzt will ich dich auch töten. Kommst du jetzt her. So. Na, super. Wie... Jetzt, das ist so... Na, das ist... Das ist ja halt so. Naja. So. Auf. Hopp. Gut. Äh, ich hoffe wir finden jetzt wieder zurück. Bitte, 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 bitte. Oh. 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 So. Ähm... Wir müssen, wir müssen, wir müssen... Da hoch. Und anscheinend doch nicht. Dann dahinter. Ah, okay Ja, du jetzt auch noch Und, tschüss Gib mir deine Kugeln Was haben wir denn jetzt alles? Ja Hm, close zone Das wird auf jeden Fall erstmal reichen Denke ich Hoffe ich Fürs erste Mal nicht Wir werden dann später auf jeden Fall nochmal herkommen Und ein bisschen mehr die Hölle erkunden Aber ich glaube nicht, dass das mit dem Äh Erfrage jetzt einfach mal Und zwar Wie sieht es mit dem Kompass aus? Oder mit einer Karte? Wenn ich mir jetzt eine Karte mache, habe ich dann die Karte von der Hölle? Ich glaube nicht, oder? Oder wenn ich jetzt den Kompass mache, zeigt er dann hier hin Oder zeigt er dann immer noch zum Spawn in der Ähm, wirklichen Welt Das ist jetzt halt Ein bisschen blöd Okay, ich hoffe, ihr könnt mir die Fragen beantworten Und dann gehen wir mal wieder zurück In die normale Welt So Ich hoffe, es ist nicht Nacht Ich weiß nicht, ob sich die Zeit Ändert Wenn wir in der Hölle sind Aber ich glaube es irgendwie nicht Ah, doch Cool Wieder was Neues dazugelernt Gut Ich habe gerade schon gedacht, er hat mich Ich hätte ihn angeguckt Ähm Züchten Wollen wir wieder ein bisschen züchten Hm, das könnten wir jetzt eigentlich mal machen Und dann Das da noch ernten Das wäre mal langsam angebracht Ähm Höllenzeugs Jetzt können wir die Truhe hier endlich auch füllen Dann Ne Ernten So Jetzt hat mal Jammer Der Hund hier so Ne Der ist es nicht Gut, dann Machen wir dann glaube ich auch gleich mal Tierfütterung So Ach, nehmen wir das hier auch noch mit Was soll's Gut Gut Okay Es ist Hier Wie Ich Sane